Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zur Backfocus Folge vom 5.12.2017. Ja, es ist Dezember, die Weihnachtszeit rückt so langsam näher, nichtsdestotrotz passiert auf dem analogen Fotomarkt noch so einiges und damit ihr da auf den aktuellen Stand der Dinge kommt, heute nochmal eine Backfocus Folge mit einer ganzen Menge Themen und deswegen fangen wir auch direkt an. Das erste ist nicht wirklich eine News, sondern nur eine schöne Kleinigkeit, die ich im Netz gefunden habe und zwar seht ihr mal hier oben eine kleine illustrierte Tabelle und die stellt eigentlich alle wichtigen Spiegelreflexkameras seit den 60er Jahren sozusagen in so einer chronologischen Abfolge dar, also gegliedert nach den einzelnen Herstellern und nach dem jeweiligen Erscheinungsjahr. Auf jeden Fall spannend, da mal so durchzustöbern, welche Kamera wann auf den Markt gekommen ist und wie sich so die analoge Spiegelreflexkamera im Laufe der Zeit entwickelt hat. Eine zweite ganz tolle Geschichte ist ein Video, hier oben mal ein Ausschnitt und den Link dazu gibt es unten, über ein ganz, ganz phänomenales Projekt, was mir leider damals, als es quasi aufgenommen wurde, durch die Lappen gegangen ist. Also man hat nicht viel darüber gehört, da scheint auch noch die Entwicklungsarbeit weiterzugehen. Mehr will ich dazu auch gar nicht verraten. Schaut es euch mal an. Es geht um eine unsichtbare Kamera, um ganz tolle technische Phänomene und ja, wirklich erstaunliche Arten und Weisen Bilder zu erschaffen. Also auf jeden Fall mal in das Video reingucken. Den Link zum Video gibt es da unten und da unten gibt es auch noch dann als weiterführende Literatur sozusagen den Link zur Homepage derjenigen, die dahinter stecken und die erklären das Ganze dann auch noch mal etwas ausführlicher. Nicht fehlen darf in so einem News-Überblick natürlich auch die Tatsache, dass es aus dem Hause Leica gleich zwei neue Objektive gibt, also Weiterentwicklungen oder Neuentwicklungen von Objektiven, die sind nicht wirklich neu, aber neu aufgelegt. Das eine ist das legendäre Tamba, ein Weichzeichnungsobjektiv. Ja, dazu gab es mal einen riesen Trend zu einer bestimmten Zeit und das hat dann wieder ein bisschen nachgelassen. Dann wollte man die Objektive lieber knackscharf haben. Inzwischen geht ja der Trend mehr wieder dahin, individuelle Objektive zu haben, also Objektive zu haben, die so eine gewisse Handschrift haben. Und da ist das Tamba dann genau richtig zu Hause. Ist natürlich wie alle Leica Objektive nicht ganz zum Schnapperpreis zu kriegen. Man muss da schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Noch tiefer in die Tasche greifen, nämlich rund 12.000, 13.000 Euro muss man für das neue Noctilux aus dem Hause Leica. Ein 75mm Objektiv mit einer Lichtstärke von 1 zu 1,25. Das ist auch eine Blendenzahl, die ich bis jetzt noch nie gehört habe. 1 zu 1,25. Also über den Daumen gepeilt 1,2 als größte Offenblende bei einem 75mm Objektiv. Das ist schon ziemlich schnell und das ist ein ganz schöner Haufen Glas, wie man hier auf dem Bild schon sehen kann. An einer kleinen, zierlichen Leica M wird das Ding schon ganz schön frontlastig. Aber wenn man schon so viel Geld für ein Objektiv hinlegt, dann ist einem das vermutlich letztendlich völlig egal. Ich habe mir gedacht, so kurz vor dem Jahresabschluss, sonst gibt es aller Orten, vor allen Dingen im Fernsehen, die berühmt-berüchtigten Jahresrückblicke. Ich wollte auch mal einen kleinen Rückblick wagen und zwar auf die Kickstarter-Projekte, die ich so in der vergangenen Zeit vorgestellt habe, die also an den Start gegangen sind, um neue Produkte auf den Markt zu bringen. Das erste Projekt, was ich da im Rückblick habe, ist die Yashica-Digitalkamera mit elektronisch simuliertem Film. Darüber hatte ich in Backfocus mehrfach berichtet. Wie ist das am Ende ausgegangen? Ja, 10,8 Millionen Hongkong-Dollar wurden gesammelt. Das entspricht umgerechnet, also so ungefähr Pi mal Daumen Faktor 10, einer Summe von 1,05 Millionen Euro. Da wurde also gewaltig gebackt. Da gab es reihenweise Unterstützer und das Kapital sollte jetzt definitiv wohl ausreichen. Um die Kamera weiter zu planen und an den Start zu bringen. Ich bleibe da auf jeden Fall dran und das zeigt, welches Interesse dann tatsächlich selbst an dieser Art der Digitalfotografie existiert. Also die Leute sind offen für was Neues. Das mag man für sinnvoll oder eher weniger sinnvoll halten. Nichtsdestotrotz gibt es dafür einen Markt und der sogar so groß ist, dass also das erwartete Ziel um ein Vielfaches übertroffen wurde. Auch übertroffen wurde das Ziel der Reflex, obwohl es da Stand jetzt noch 59 Stunden sind. Also wenn ihr das noch unterstützen wollt, wenn dieses Video hier erscheint, dann dürfte es noch eine gewisse Restlaufzeit geben, wo ihr auf den Zug aufspringen könnt und euch noch eine Reflex sichern könnt. Wie gesagt, auf der anderen Seite sehe ich bei der Kamera die technischen Hürden, die da noch zu überwinden sind, als relativ groß an. Ich möchte da also mal zumindest einen kleinen Zweifel anmelden, ob die in einem vernünftig absehbaren Zeitrahmen da an den Start kommen. Von hier aus auf jeden Fall gedrückte Daumen, dass das klappt. Die, ja, die Response auf das Projekt zeigt, dass da Interesse ist, dass die Leute scharf sind auf diese Kamera mit Wechselbayonetten und dass man Lust darauf hat, das Projekt zu unterstützen. Etwas weniger erfolgreich war dann leider die Kampagne von IHGS Elberflex. Die ist mittlerweile abgelaufen und hat leider, wie man hier oben sieht, den Zielbetrag nicht erreichen können. Das mag mit Sicherheit daran gelegen haben, dass es am Anfang da so ein bisschen, naja, ich sag mal, eine undurchsichtige Kommunikation gegeben hat. Es hat dann später ein Interview gegeben, auch einen gewissen Kurswechsel. Es wurde dann eine Basisversion der Kamera quasi mit verringerter Garantie und mit dem Ausschluss einer Qualitätsendkontrolle in Deutschland zu einem wesentlich geringeren Preis angeboten. Es wurde offen darüber gesprochen, dass die Kiew 19 quasi die Basis ist, weil man von dieser Kamera die Werkzeuge benutzt. Man hat aber dann auch nochmal Wert darauf gelegt, dass das Innenleben wohl überarbeitet sei. Ich glaube, diese Kampagne zeigt am deutlichsten eins, dass das Interesse sehr wohl da ist, also dass die Leute hier draußen Lust darauf haben, dass jemand neue analoge Kameras an den Start bringt, dass man aber auf der anderen Seite, und das würde ich mir tatsächlich wünschen für die Zukunft, da offene Kommunikation betreibt. Ich weiß nicht, ob es zielführend und hilfreich war, sich da einen großen Namen zu nehmen und einen anderen, etwas geringeren Namen dann unter den Teppich zu kehren. Also musste das Ding unbedingt an dem Label E-Hage aufgehängt werden, hätte es Kiew als Name nicht auch getan. Und wenn man die Namensrechte nicht kriegen kann, wäre es nicht vielleicht viel einfacher gewesen, wie bei der Reflex, sich einen vollkommen neuen Namen auszudenken. So hatte das Ganze, sag ich mal, für meinen persönlichen Eindruck, so ein bisschen ein Geschmäckle. Also es wirkte nicht ganz koscher, auch wenn die Absichten mit Sicherheit da waren, diese Kamera tatsächlich zu produzieren. Und ich habe das auch in einer vergangenen Backfocus-Folge gesagt, bei dem, was an Vorarbeit geleistet worden ist und auch bei der Entscheidung, da eben auf ein quasi existierendes Modell, zumindest was Werkzeuge und Produktionsmöglichkeiten angeht, zurückzugreifen. Das hätte zumindest die Wahrscheinlichkeit gesteigert, dass die Kamera produziert werden kann. Das hätte ich bei allen drei Projekten bei der E-Hage für am wahrscheinlichsten gehalten. Wie es da jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Da bleibe ich auch am Ball und versuche da noch weitere Informationen rauszufinden. Nichtsdestotrotz ist, wie gesagt, glaube ich, Ehrlichkeit und Offenheit in so einer Geschichte das Wichtigste fand, auf das man setzen kann. Was bei Objektiven, die auch von vielen, ich sage etwas unbedarfteren Digitalfotografen dann adaptiert werden, allein weil große Namen dahinterstehen. Und die können dann im Regelfall auch die Qualität und die Qualitäten gar nicht selber so einschätzen. Bei Analogfotografen sehe ich das, glaube ich, ein bisschen anders, weil da einfach mehr Fachwissen, dadurch, dass man sich mit der Materie intensiver auseinandersetzen muss, wenn man mit alten Kameras arbeitet, voraussetzen. Also da funktioniert es vielleicht nicht ganz so leicht. Ich will da gar nicht schelten, sondern vielleicht nur Anregen dazu, für die Zukunft solche Projekte vielleicht anders anzufassen. Und dann führt es vielleicht auch zu einem Erfolg. Das letzte Thema für heute ist ein Vorschlag für diejenigen, die noch auf der Suche sind nach einem schönen Weihnachtsgeschenk für einen befreundeten Fotografen, eine befreundete Fotografin etc. pp. Einfach nur deswegen, weil ich mich selber, als ich dann kürzlich bei dem großen Online-Bücher-Versender gestöbert habe, sehr gewundert habe, ob das preis ist. Und dann habe ich also dieses wunderschöne Buch hier, Thomas Höpker, Wanderlust, gekauft. Das sind, mal überschlägig gesehen, hier irgendwo sowas um die 340 Seiten. Feinste Fotografie des Magnum-Fotografen Thomas Höpker. Im Prinzip von 1954, von seinen ersten Bildern, die er gemacht hat, über ganz viele verschiedene Stationen seines fotografischen Lebens. Und dieses ganze Buch hier, groß, schwer, dick, auf vernünftigem Papier gedruckt, kostet zur Zeit 14,95 Euro. Da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Und wie gesagt, es ist also hier kein fotografisches Leichtgewicht, über das wir reden, sondern schon amtliche Fotografie und auf jeden Fall einen Blick wert. Und für nicht mal 15 Euro, denke ich, ist das eine vorweihnachtliche Empfehlung. Ich bin da am Umsatz des Buches leider nicht beteiligt. Bei den geringen Preisen kommt da wahrscheinlich auch nicht viel bei rum. Trotzdem wollte ich euch das noch mit auf den Weg geben. Wie gesagt, ich habe es mir dann direkt bestellt. Bei Fotobildbänden und solchen Preisen fällt es mir schwer, Nein zu sagen. Ja, für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Adventszeit. Neben dem ganzen Trubel der Geschenke-Kauferei auch besinnliche und schöne Momente. Ich habe die Zeit, dazu wird es demnächst auch nochmal ein Video geben, dann auch fotografisch genutzt. Denn zur Zeit sind viele Geschäfte, gerade was so Heimdekor und Blumengeschäfte etc. angeht, ganz wunderschön dekoriert. Und während draußen die Motive ein bisschen rar gesät sind, da habe ich dann einfach die Möglichkeit genutzt und habe dann mal im einen oder anderen Geschäft gefragt, ob ich mich da nicht mal fotografisch austoben darf. Dazu wird es also auch noch ein Video geben. Die minäuter Reihe geht weiter. Vielleicht, je nach Nachrichtenlage, melde ich mich vor den Feiertagen dann auch nochmal. Ansonsten wünsche ich schon mal vorsichtshalber ein frohes Fest und wie gesagt eine besinnliche, schöne, farben- und bilderreiche Adventszeit. Und auf dem Weg habt viel Spaß, schießt ganz viel Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.